So, Sie haben es schon gesehen, ich bin heute ein bisschen besser angezogen. Das hat auch ein gewisser Grund. Erstmal guten Abend, meine Damen und Herren. Mein Name ist Haxo Fluxus und ich bin Vertreter der Firma Floka. Ja, wir sind ein relativ kleines Kickstart-Unternehmer aus der Region Transylvania. Also nicht erschrecke mit unserem berühmtesten Einwohner Dracula, mit nichts zu tun. Also, ja, genau, also wir stellen den Flow-Control Ektore daher. Da werden sich einige bestimmt fragen, was ist denn das überhaupt, was erzählen wir da vorne? Irgendwie über so ein komisches Teil. Einige, da auch einige Künstler da sind, kennen das bestimmte Problem, dass man manchmal so einen Einfall braucht für ein Projekt oder irgendwas sonstiges und man hat richtige Löcherkopf wie das Sieb oder das Nudelsieb in der Küche. Genau, und für dieses Problem haben wir den FCA entwickelt. Wir haben seit zehn Jahren, arbeiten wir an diesem Projekt, seit circa einem Jahr haben wir ihn jetzt vollständig fertiggestellt und wir haben auch schon ein paar Jahre mit berühmten Persönlichkeiten zusammengearbeitet. Genau, also mir entwickelt wurde das Ganze mit führenden Experten auf dem Gebiet Psychologie, Neumowissenschaft und Biotechnologie. Und der FCA, also der Flow-Control-Activator, soll den sogenannten Flow, das bestimmt einige auch im Betrieb aus der Psychologie, einfach hochbringen und konstant halten. Dafür haben wir noch eine kleine Zeichnung. Leider gut ist es während dem Flug mein Tablet kaputt gegangen und meine Präsentation, deswegen muss man es leider etwas auf die kindliche Art machen. Genau, also folgendes. Wir sehen hier, die linke ist die Überforderung, also der extreme Stress. Und hier haben wir die Unterforderung und der Flow liegt eigentlich ziemlich exakt in der Mitte, leicht allerdings Richtung mehr Stress. Genau, deswegen habe ich ja das lustige Smiley. Genau, also der Flow-Control soll eigentlich sozusagen den Flow in Fluss bringen, den, wie gesagt, oben auch halten. Wir haben so ein bisschen orientiert an dem alten griechischen Mythos von Icarus, kennen einige, bloß haben wir den Vorteil, wir stellen es nicht ab. Das ist schon sein größer Vorteil. Genau. Ah genau, ich sollte es einfach mal so als Idee, um es ein bisschen näher zu bringen, wie ich so etwas sich vorstellen kann, wenn man den FCA anzieht. Sollte es ein bisschen wirken, wie im Strahl-Arafanland, dass einem die Ideen regelrecht zufliegen. Oder eben auch, wie das Paradies läuft, so durch das Paradies sieht ein paar Bäume und pflückt sich überall ein paar Ideen von den Bäumen. Zum Beispiel, das berühmteste Beispiel kennen einige, der berühmte Hersteller vom iPhone, der hat ja die Idee von uns mit dem Apfel. Daher kommt das. Genau, dann will ich Ihnen das nicht mal präsentieren. Ich habe es nämlich auch dabei. Leider hat es unseren wunderbaren Praktikant verschlampt, das Original. Wir haben den Prototyp dabei, aber es funktioniert. Normalerweise ist es für Bein oder Arm möglich, sollte allerdings auch direkt auf der Haut auffliegen, dass es auch funktioniert. Mit dem Druck zweimal drücken, fängt es auch zu blinken. Und das bringt so langsam den Fluss, sagen wir mal ein bisschen salopp, in den Ballon. Nochmal zweimal drücken, er leuchtet, da ist er aktiv. Circa fünf Stunden funktioniert dieses Arm, beziehungsweise Beinband, das Kombination mit dem Truffarm, man kann es nicht immer so Mitte in der Rede oder so tragen, das kann man gerne auch am Bein tragen. Wir haben allerdings die Möglichkeit, ab 2019 wurde mir gesagt, dass wir auch Sonderformen herstellen können. Ring, Ketten oder diverse andere. Genau, ausgeliefert wird das eigentlich erst, glaube ich, meines Wissens von meinem Manager. Ich glaube, nächstes Jahr, ganz offiziell. Bisher war es nur für bekannte Personen, bisher als Test. Wir haben auch den Vorteil entwickelt, dass diese Armbänder, oder was noch rauskommt mit einer normalen, überhandelndes üblichen 3-Volt-Batterie funktionieren würden. Also Sie brauchen keine schwierige, große Akkubessuche, wenn irgendwann der kaputt ist. Ganz normale 3-Volt-Flach-Batterie funktionieren einwandfrei. Wenn Sie mehr wissen wollten über dieses Armband, können Sie gerne bei unserer Firma vorbeigucken. Das ist die, jetzt muss ich mal gucken, genau, die www.flora.ro, also Rumänien. Aber nur heute kann ich Ihnen ein Angebot machen zu 40% Rabatt. Das gibt es nur heute, sollte das Problem damit geben, kein Problem haben, Kunde-Service, 24 Stunden. Wie gesagt, wir arbeiten 24 Stunden, haben allerdings mit unserem Kollegen Dracula nichts zu tun. Wie kostet es denn? Das weiß leider nur das Marketing. Das haben Sie mal nicht verratet. Aber ich habe schon was gehört, aber ich will nicht zu viel sagen, dass irgendjemand enttäuscht ist. Gut, aber dann vielen Dank für die Aufmerksamkeit und viel Spaß bei den nächsten Künstlern. Bravo.